herzlich willkommen zurück zu avorion schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der ideenschmiede oder bei mir oder bei beiden ja wie ihr seht wir sind nicht mehr an ort und stelle wo wir das letzte mal waren nicht wundern wir haben nach der folge habe ich noch mal mein anderes schiff zerlegt also mein erstes schiff was ich davor hatte da stand ja nur in einem anderen sektor herum hat er geld verbraucht und danach waren wir nochmal hinten bei der forschungsstation und haben ein bisschen geforscht weil wir hatten echt schon wieder so viele items dabei und naja danach kommen wir die frage machen wir jetzt weiter und ich hatte hier so ein nettes wurmloch noch auf der karte das ordentlichen weg auch hinterführt und ja mal sehen was auf der anderen seite erwartet eigentlich sollte ich ein boss sein laut meiner karte ist aber nicht ist aber nicht bist du schon weg geflogen ich bin schon drüben dann komme ich jetzt mal hinterher extra waffensysteme vollgemacht da ist ja so und haben wir eine kurze salve von substrom aktiv eigentlich fast ok soll es das hier ist einfach nur ein leerer punkt es könnte ein boss also ein ort für den boss kommt sein aber ist wohl diesmal keiner ja ich spring mal diagonal vielleicht bewegt er sich ja ich spring mal diagonal hoch können wir mal kurz die gebiete hier so ein bisschen abschicken ja ich spring mal nach da hinten hier ist nämlich eine unbekannte energiesignaturen dafür ja ich habe ja deswegen mache ich ja diagonal hoch weil ich da ja auch eine habe links oder rechts links bin ich auch unterwegs sind dann nehme ich mal die andere hier war noch irgendwo eine hier unten ok gut dann kann ich jetzt springen diagonal nach unten das ist da sepp hätte ja sein können dass der boss noch da ist hier sieht das nicht so aus als ob hier das wäre recht ist der gackplatz ja so wer schwört denn hier rum hier sind nur fregatten und was ist das sein ach so ich hatte ich habe mir das artefakt gekauft für drei millionen beim händler wenn einer weiß wie was das ist nur zu lassen es mich wissen wo ist es hier ist nach wo ist es da oben das werft sieht aber interessant aus oder nicht ob das ist nur normales gerüst die sieht nicht so aus wie eine normale werft oder doch doch bei der klotz hier der mit dem weiß dass er interessant aus eine neue werft aber ist auch ein ganz normaler ich muss mir kurz nach so ihnen hier einnehmen der hier ist so keine probleme genau güter verkaufen nehmen die irgendwas was ich hab ne leider nicht ach ja stimmt ich habe jetzt noch 9 4 an bord die habe ich von dem anderen schiff warte mal ich habe irgendwas reingepackt das gerade enorm viel energie verbraucht jeder schild erzeugte energie wird 40 prozent ach was mach ich denn da zack haben wir das auch so kann ich nein nehmen warte mal ich pack mal ganz kurz den detektor drauf weil die sind wieder aus teorien dafür drauf jawohl das ist einer perfekt ansonsten ist aber glaube ich nichts reicht ja reicht ja wo bist du hin gesprungen ähm weit verbürft also ich mach jetzt einfach links die gelben punkte ja jup kannst machen ich habe keine gelben punkte du hast keine gelben punkte neben dem post punkt aus theorie verkaufen ja hier 137 hier wie sagst du keine gelben punkte hast du kein dann musst du das update aber rein machen weil hier ist alles voller gelben punkte welches update naja damit du die gelben signaturen siehst was ist denn das für ein upgrade welches ist das so ein quadrum hyperraum oder welches oder so ein radar upgrade so ein radar upgrade ist das äh ja reichweite plus 3 reichweite plus 3 habe ich 2 stück von ich pack mal kurz was da rein aber du musst ja das haben das steht ja unten wird angezeigt gelbe blinklicht hier warte ich ich glaube davon habe ich gar nichts mehr hast du alles verkraftet oder was als tektoren mit massensignatur als gelbes äh als gelbe blips auf der karte achso ich glaube die sind irgendwie flöten gegangen unterwegs als gelbe blips doch hier habe ich noch so einen ganz kläglichen einmal mit profis einmal mit profis ach ich bleibe aber beim normalen das passt schon ich bin schon wieder banditen so ich reiß mal dahin oh 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 das ist aber wahrscheinlich wieder was größeres p ähm sorg muss ich mir zum glück nicht machen die frage ist wenn der sich ob der sich überhaupt einen kleinen mustern bewegt weil als ich äh als ich mein boss gesehen habe das war ja hier unten ja ich glaube das ist ein zufall ich glaube das ist ein zufall wann wo wie die kommen ok ähm obwohl es mich wundert weil den hatte ich ja schon mal ne muss man ja auch dazu sagen ne hier war ich ja schon und fund war da ja auch noch da als wir geguckt haben eigentlich sollte das ja eine überraschung sein und dann war er nicht mehr da und jetzt war er auf einmal nicht mehr da naja oh ich hab die zwei millionen geknackt money also ist ein fucking oha die hier für 25 die hier verkaufen wir wahrscheinlich nur aluminium jup ansonsten was haben sie hier noch den rohstoffhändler ach ne ressourcendepot ähm ach ja stimmt das ist ja das ressourcendepot hat ansonsten alles auf lager 3 7 du 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 ach so ein bisschen aufs offene feld fahren weil ich muss mal ein bisschen damage machen hier na gut dann können wir auch mal weiter reisen unbekannter energiesignatur das hier war der punkt zu dem wir von dem wir gekommen sind ich reiß jetzt einfach mal dahin vielleicht hab ich ja glück vielleicht aber auch nicht obwohl wenn wir auf den gegner stoßen oh hm also ich habe auf jeden fall meine waffensysteme nicht optimal genutzt äh beziehungsweise ich muss mein update ändern ähm warum nicht genug energie naja ich sehe das gerade also was heißt nicht genug energie äh äh nicht genug batterie ach so jetzt 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 sieht man die strahlen auch richtig schön ich glaube ich tue mal einen meiner waffen gegen den laser austauschen weil also ich kann eine energie waffe glaube ich mitnehmen solange ich nicht gerade auf dem abflug bin ja so soll sein das ist zerstörung pur ich weiß nicht warum ich bin schon fast wieder umzufrieden mit meinem schiff was ist da los da gibt man sich dick mühe und dann wieder das ist der das sich an meinem schiff fehlt ist echt laderaum ne ja Abfrag, 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 Doppeltes Maschinengeschütz, Doppeltes Voltergeschütz. Alter, das Ding ist so dünn, habe ich überhaupt nicht getroffen. 06, die ist gut, aber hier diese 02er Doppelkanone, hier 3 V-Kanonen, ja, naja, naja. Und hat er auch noch bei 2 geteilt. Oh, das müsste der nicht letzte sein. Huch, hatte ich nicht noch, was ist mit meinem Laser passiert? Hatte ich nicht einen Laser? Was ist mit dem passiert? Habe ich ihn verkauft? Das ist, das Gute ist, das sind alles neue Need-Waffen, die man hier bekommt, ne? Das ist gut. Boah. Naja, da muss ich wohl noch ein bisschen damit rumfahren. Aus irgendeinem Grund habe ich den Laser nicht mehr. Keine Ahnung, wo der Bier flirten gegangen ist. Wahrscheinlich in der Forschungsstation. Das könnte sein. Hey, ich habe die Erde gefunden. Hui. Oh ja, ein gelbes großes Geschütz. So sieht es aus. Hammer. Nice. Das sieht aus wie im Grunde eine Großkanone. Genau das ist das, was ich brauche. Hey, eine kleine Gruppe Elienschiffe ist aufgetaucht. Wo denn? Da unten. Der eine hat ein Schild. Der hat auch ein Schild und der da, der hat kein Schild. So. Jetzt haben wir nur noch irgendwo hier vorne einen gehabt, ne? Mensch, ist der eine hier schnell. Alter. Huch, was war das denn? Der hat ja ein bisschen mehr Power als der Rest, glaube ich, so optisch von den Waffen. Oh, oh Gott, ich stecke da nicht so in der linken ein. Alter, das eine Schiff hier war grad mega schnell unterwegs. Oh, die steht so da. Hä? Hey, irgendwie stecken die hier überhaupt nichts mehr ein gerade. Also schon gut, sie haben ein Schild. Uh, eine goldene. Was ist das? Ist das der Schild oder ist das eine Waffe? Egal, was es ist, ich nehme beides. Es ist... Uh, eine Waffe. Suspekt, Kaiser. Ich hab grad die Augen geschafft, äh, schnelles Töten. Unter einer Sekunde eingekillt. Ah, nice. Wo und auch mal Zeit, dass ich ein Killer wäre. Alter Schwede, was sind denn alles verhingelassen? Da wird da irgendwie Sorge gemacht, dass zweitesteilig gewesen wäre, weil das viele rumflogen und da so, äh, okay. Man neben seiner. Komm gegen ein Rechenschiff. So, also das hat sich ja schon mal hoch angeschwiesen, das denn noch. Ah, ich mach jetzt grad ein bisschen auf, dass ich meine, keine Hooker oder irgendwie ist mit dem Ding nicht drin. So, erstmal hier alles, außer was drin ist. Ehrlich, also wenn ich Kiraat wäre, ja, und sehe, dass meine gesamte Flotte draufgegangen ist, dann greife ich doch nicht das einzigeste Schiff an, das die gesamte Flotte ausgelöscht hat, ne? Ja, vielleicht doch. Naja, so mutig wäre ich denn doch nicht. Oder beziehungsweise, dumm. Hat ja nichts mit Mut zu tun. So, jetzt erstmal gucken, was haben wir grad bekommen, ähm. Irgendwas goldenes war's auch. Na, nun, die Bergbaugeschütze mit einer Effizienz von 31. Juhu! Ah, das war schon irgendwie mein Ziel, weil wir hatten davor, ja, Bergbaugeschütze, die hatten echt eine schlechte Effizienz. Ja, das Problem ist, wir brauchen jetzt ja auch bessere, damit wir überhaupt die nächste Stufe abbauen können, ne? Ja, deswegen, ich hab ja welches aus Naonid gesucht, der ist ja Naonid. Die Effizienz ist ja einmal die Sache, wie ich immer rauskriege aus dem Stein, und ansonsten geht's ja echt aufs Material. FZNC 25, jetzt haben wir hier, Doppelnaumid Bergbaugeschütz 23,7, oh, nice. Also, den muss ich leider abbauen, ne? Also, das kann ich leider nicht stehen lassen, oder? Das ist einfach Kanonengeschützturm mit einem Schaden von 62, na gut, das ist jetzt nicht mehr so der Hammer. Lass mal Geschützturm. Ähm. Bei diesen Türmen hier wär's interessant, wenn die auch mehr Schaden drücken würden, anstatt, äh, nur mehr Energie nach der Zeit zu fressen. Hier, das Teil hier ist noch so groß, da könnte noch was drin sein. Wenn ich mir das gerade immer so angucke. Äh, ein bisschen Naonid. Ansonsten nichts. Okay. Einmal kurz neu bewaffnen. Äh, äh, Punkt war markiert. Tschüss, Erde. Geöffnet, das kommt weg. Dann reiß ich mal ab. Das kommt weg, dann machen wir sprungreich weiter rein. Zack. Äh, Schildkant weg. Dafür kommt erstmal der rein. Zack. Ja, doch, ich hab den Detektor drinnen. Schade, nichts gefunden hier. Hier ist ein riesiger Gürtel aus Osteoriden, aber... Ach, sieh mal einer an. Wo bin ich denn hier gelandet? Hast du den Boss gefunden? Nee. Sondern? Ich hab hier so'n Asteroiden von so'n komischen Typen gefunden. Nennt sich die Ideenschmiede. Oh, ha. Also, du, das... Kann nicht sein. Bist du bei mir auf der Karte gerade? Nein. Ich bin bei minus 85 minus 161. Hier ist nichts außer so einen riesigen Klumpen, der dir gehört. Und der halt noch ein riesiges Asteroiden fällt. Gehen kannst du theoretisch eigentlich verkaufen. Oder brauchst du den? Ich nehm' alles mit, erst mal. Ja, ansonsten, äh... Erze. Das ist, wenn du um den Bosspoint eins nach oben und dann eins nach links gehst. Achso, ja, da war ich ja gerade. Achso. Ah, jetzt muss ich noch kurz warten. Vier Sekündchen. Zack. Ein Bergbau-Ding. Okay, das nehmen wir aber auch noch mit. Äh... Oh, ja, das sind doch die schönsten Wolken. Ein paar Nitte... Hm, sind das... Ja, doch sind auch Wolken. Ich hab mich bloß, was das für Wolken sind. Weil... So. Es sieht von hier aus irgendwie gerade aus wie so'n Himmel. Aber es ist ja das All. Also das selten ist ja die Sonne. Es sieht irgendwie gerade so aus, das würde ich in der Luft fliegen. Also, über einem Planeten, aber... Hm. Interessant. Alter Falter. Interessante Ansicht. Dicke Kanone an Bord. Dicke Kanone. Du? Hast du schon noch auf Nahonit aufgerüstet, oder wie? Naja, ich hab ja welche gerade gefunden. Ich platziere die gerade mal so, just for fun. Achso. Da musst du ja bedenken, wegen der Fläche da drunter. Ich glaube, ich muss das bei mir echt nochmal umbauen. Das gefällt mir momentan echt nicht. Achso, das hab ich schon gemacht. Ich hab alle so'n paar Plätze auf dem Schiff, äh, hab ich schon, ähm, mit Nahonit umgetauscht, ne? Dass ich da zumindest ein paar Sachen hinsetzen kann. Achso. Okay. Ja, ich muss nochmal gucken, weil hier vorne dieser eine Steg, hier wo die Waffen drauf sind, das gefällt mir nicht so. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, ich tu mal hier das hier, die, die Titanen gepanzerte Kante umbauen, zu einer komplett nahe, äh, nahe in die Fläche. Ist zwar dann keine Panzerplatte mehr, aber was soll's. Oder ich tu da ne Dingsplatte rein. Ne dicke Platte aus, ähm, aus Trinium. Frage ist, was würde mich so eine Platte kosten? Boah, hier ist so'n riesiger Asteroid aus Titan. 161.000 groß. Ja, ich werd grad geschossen, in der Zeit, wo ich meine Waffensysteme platziere, das ist nicht sehr nett. Ich glaub, wir finden den Boss aber nicht mehr. Oh, 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 wenn ich das hier sehe, da hinten. Da wird mir doch noch was angezeigt, hier. Da hat das Radar wieder zugeschlagen. Das war hinter mir, dass hab ich gar nicht gesehen hab. Komm, 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 komm. Na, komm, lass mich anvisieren." Das ist so'n. Ist so bestimmt so'ne Kiste. Ja, geil, mal vorwart. Yippie, ich komm. so haben wir den jetzt auch ja drauf ist gut interagieren öffnen was ist drin 26.000 ein upgrade im bereich schild in blau und eine dreifach kanone schick schick so dann springen wir mal in die richtung keine gegner heutzutage mehr leute holt ihr jetzt eine abfrag lizenz 26.000 eisen 32.000 maunit ist in dem schiff hier drin und es ist ein riesiges frachtschiff könnte gegebenenfalls auch was gutes an fracht haben ja hier sind ganz viele frachtschiffe ich glaube wollen wir mal hier gleich ein bisschen abfracken und dann nächste folge würde ich sagen oder da mag ich mir das hier mal machen wir mal eine abfrag folge und dann schauen wir mal hier sind eine menge lagerschiffe und mit so einer lizenz sollte das theoretisch auch dann legal sein alter falter echte menge fracks die länge meines schiff ist ein bisschen falsch eingeschätzt ob es in der gegende hat gegen den größten fels überhaupt hier im sektor aber peinlich ehrlich das heißt ich markiere mir das hier mal kurz nutze hinzufügen ab mit w oder mit f also ich habe hier so 80.000 nanonit ding weißt du und ist ja nicht verkehrt weil das nächste schiff könnte ich dann ja mit nanonit generatoren und sowas ausstatten und düsen das macht ja die sache nachher ungemein leichter als titan und jetzt muss man gucken ob nanonit überhaupt leichter ist beziehungsweise leistungsfähiger ich glaube die generatoren das macht einen unterschied ja aber sonst so lebe ist was bei nanonit keine panzerung mehr ja wenn ich das schon sehe jetzt ist die frage brauchst du panzerung wenn du schuld hast wenn du genug schuld hast ich brauche keine panzerung mehr außer du hast schüsse die durch die schulde durchgehen das musst du ja auch bedenken dieser handelsposten ja deswegen ein bisschen schlitz glaube ich immer also ein bisschen panzerung immer gut aber du hast ja auch die schilder an denen kann ich nichts verkaufen von meiner ware so das ist jetzt natürlich ein bisschen langweilig hier aber geht nicht anders ich muss irgendwann mal wieder eine dicke farmtour machen weil ich brauche ich naonit und trainieren ja weil dann auch vorher brauchen wir bessere abbautürme weil dicker vorrat hin oder her mit schlechten abbautürmen kriegst du da nichts raus ich sehe schon also ich habe jetzt jetzt muss ich gucken naja doch geht also ich habe jetzt ein paar nanonitürme drauf ich glaube ich habe nur titan nur titan und es geht eigentlich der hatte 80.000 jetzt 20.000 abgebaut knapp und habe schon 6.000 ja beim nanonit geht es noch aber wenn du dann auf trinium gehst kriegst du gar nichts mehr raus ja dann brauchst du neuen geschützt wenn wir das gehen da du brauchst über den nächsten gegen erinnern genau und aus titan haben wir genug gute gedammt es gab was war das hier unten kontinuiert von zelt auch hier war das schmugglerversteck gefällt gerade ein ich wollte ja eigentlich nochmal den sound von dir hoch stellen jetzt 20 minuten lang nicht gemacht habe ich jetzt aber gemacht mal gucken mal gucken jetzt schreie ich gleich deinen leuten gleich die naja du bist in den letzten folgen warst du ziemlich leise das ist ganz komisch gewesen schon wieder so wenn ich meine testaufnahme ist noch mal eingenommen verkauft ja ich glaube immer nach der folge mit der testaufnahme ja müssen wir mal damit das mal wieder optimal eingestellt wird alles optimal ich weiß nicht warum wenn ich also auf pc geht es aber ich habe mal letztens eine folge über das handy überprüft wegen die kommentaren und dann so okay hörst du ja gar nicht mehr in chico das war ja das liegt daran dass das liegt aber nur daran dass du immer so viel redest und ich dann still sein muss damit die leute nicht verstehen weißt du ja man doch 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 es gibt ja auch momente da redest du und da sage ich ja dann nichts ja das ist ja wohl die höflichkeit mäßig also wenn ich schon mal was sage scheint es ja auch wichtig zu sein oh mein gott also dieses jetzt muss ich 50 sekunden warten also es lohnt sich ja diese große felsicht mal die zeit zu nehmen abzubauen also für den let's play nicht geeignet das wäre nicht für den single player der hammer aber ich weiß ganz genau wenn ich jetzt abgehauen wäre wäre der yolo nachher hergekommen hätte sich den gegrabt und das wollen wir ja nicht mehr ist das naunit genau ja davon habe ich schon zwei abgebaut zwei muss ich ja mein schiff finanzieren wie soll das so viel naunit 162.000 naunit ja naunit wieso was hast du denn alles aus naunit gebaut wenn du die panzerung runter nimmst ist darunter ein riesiges skelett aus generatoren schild generatoren und anderem zeug was alles aus naunit besteht also ich habe bei mir auch alles eingetauscht aber ich glaube ich habe gerade mal 30.000 gebraucht sehr merkwürdig ja ich habe ja aber auch ich produziere ja 77,49 gigawatt strom 77 warum warum nicht und es reicht mir trotzdem nicht was hast du denn alles ich habe waffen systeme an bord die ständig energie benötigen wenn du damit schießt und ich gehe nicht pleite und ich habe 41 nur also irgendwas ist bei deiner breche generatoren und ich habe irgendwas anderes wieviel schild generatoren hast du wieviel hast du saft auf den schulden hp äh sekundchen b äh 15.000 kraft hier 15.000 da habe ich zum beispiel mehr wahrscheinlich weil dein schild größer ist ja weil ich mehr generatoren habe aber ich brauche ja nicht so viel saft wieso gehst du denn so schnell alle ja gut du bist ein bisschen schneller aber das hat ja ein bisschen ist gut wenn ich mit speech fliege verbrauche ich extrem viel energie das ist bei mir ja nicht anders ach so aber du hast du hast damit gerechnet dass du einmal oder dreimal um die ganze um den ganzen sektor fliegen kann ja das habe ich nicht gemacht also wenn du darauf gehen willst ja okay das habe ich nicht gemacht also geschwindigkeit ist nicht alles weil geschwindigkeit ist meistens ja das ist ja auch das schild ja das schrift zu einem zeitpunkt gebaut wo ich gerade immer schnell weg musste muss immer schnell weg ich habe schon 17.000 abgebaut dass du schon mal was feine ist also das lohnt sich ich durchsuche hier alles nach dem endgegner und er ja was soll ich machen ich muss ja irgendwann muss ich ja auch mal expandieren und wenn ich nachher ein frachtschiff haben möchte dann will ich ein schnelles haben ja das heißt ich brauche leichtes material und es muss ja trotzdem verteidigt sein das heißt ich brauche schulde die schulde kostet das stimmt ach ja die guten zotan bei denen bekommt man immer gute items oder zumindest ja ich wollte schon sagen hey was rotes aber nächstes hier eine rote farbe so hoch der schiff das schild noch interessant er hat auf jeden fall ein größeres schild oder du machst einfach nur zu wenig schaden ich tipp auf zweiter will ja 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 irgendwo hier ist doch noch ein 8 da unten aber noch nicht für alle werden stärker ich werde auch gleich angegriffen ist wahrscheinlich ein dicker boss oder so ja der kommt wahrscheinlich auch vorbei so alle hast du mich schon vermisst wo das wäre es denn wenn du dir gerade so nichts böses denkt doch einfach so ein boss angehörter im bild kommt so ich hab den steig auch gleich fertig hey bei mir ist mobile equipment mit charter ist gerade in den sektor reingekommen das hat das legendäre item mit vier kratzern drin ich habe keine ahnung was das bedeutet ehrlich sagen ich denke mal das alien artefakt naja ich denke mal es hat irgendwas also dass es einem später war was bei den aliens bringt also das irgendwie vielleicht dass da dann die möglichkeit damit besteht vielleicht mit denen später zu kommunizieren oder so also es soll ja ich meine sinnlos kann so ein artefakt nicht sein vor allem wenn es ein paar millionen kostet naja im endeffekt kann es trotzdem sinnlos sein äh spieler mögen sinnlos ist einfach so genau hauptsache haben ist es lila das ist mein zweites lila-item was ich mir selbst gekauft habe ich bin so stolz drauf ja eigentlich nicht 3 million für die katze erstmal ne aber das ist ja auch selten dass der händler es dabei hat deswegen dachte ich mir da musste ich einfach zuschlagen das habe ich auch offline gemacht jetzt haben wir da oben noch böse schiffe ne ja das muss ja auch gemacht werden kommen denn jetzt die ganzen ach so die kommen jetzt hier gerade rein ach nee sind gerade mal durchgeflogen auch da ist noch ein ganzer klotz sowohl mit dem schiff hier ist es so groß da sehen diese klopfen ja genau da kommt noch ein geschütz raus geflogen weißt du hier grad taust 186 nah und nie draus gehauen und ein geschütz und ich so kleiner klotz hätte ich einfach sonst liegen gelassen so groß war früher noch nicht mal mit schiff das sind die auswärtigen okay ja guck hier sie ist abgebaut noch ein upgrade raus bekommen mit chip guard so da unten ist der kollege was hat er denn so an bord fortgeschrittenes handelssystem oh geil exotischen sprung raum vor also upgrade muss ich gleich mal gleich gucken wenn das hier durch ist ja bist du wieder forschen oder was machst du ne ne ich bin hier gerade an außerirdische jagen weil die meinten in mein sektor eindringen zu müssen ach so wir werden alle drauf gehen alle ja das hier ist auch noch ein großer klotz da ist doch bestimmt auch noch was drin ja jetzt wird alles zerlegt ja okay ich muss mich mal weiter um die leute kümmern jetzt komme ich gleich vorbei geschippert und anschließend hinter dem äh osteogenen und du abholen willst hey hier ist ein casino wollt ihr vielleicht ein paar rinder kaufen das ist leider nein schade äh das ist auch haben wir den auch nichts ab das ist ein kaufmann hey kaufmann oh ja komm her beute komm her komm zu daddy now you need in gold hammer so soll es sein der hat mir wieder nur die nachricht gegeben mit äh hier guckt mal es gibt da so diese sender ja wir kennen die sender schon haben wir schon einige von gesehen so äh da fliegt noch ein triebberg durch die gegend so jetzt gucken wir mal wo ist hier das dicke stück schiff noch aber ich würde sagen wir fliegen mal wieder ein bisschen weiter ich wollte schon so kleine punkte schiff verbloren da ist noch unbekannt da fliegen wir mal hin da ist auch eine energie signatur so aber folge ist wieder zu ende leider ja ich hab nicht sonderlich viel geschafft aber das gehört dazu ist schon wieder soweit ne super genau da denkst du ja ey coole folge diesmal jetzt wird aber wieder was erlebt und dann rumfliegen suchen aber wieder einiges an elementen gefunden stimmt ich wollte ganz kurz guck ich noch was habe ich denn gefunden hier ein ach radar oh ja stimmt radarreichweite plus 4 schick schick oh sprungreichweite plus 9 boah das ist besser als meins ich hab nur plus 7 alter cooldown minus 21 wieder aufladerate aber dafür geringer ok mhm das ist natürlich very nice das brauchte an energie 1,65 boah das braucht auch nur die hälfte in energie haben wir luck 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 genau ja liebe leute wie gesagt feierabend für heute feierabend jo zur nächsten neuen folge bis die tage und tschu tschüss